Hallihallo! So, jetzt ist es soweit. Wir kommen schon zur Woche 4 der Sosammonosken-Aktionen. Ja, Wahnsinn, so schnell vergeht die Zeit. Und in dieser Woche dreht sich alles um Beauty. Und ja, mein absolutes Lieblingsthema und auch meine absoluten favorite Produkte in Aktion. Und ich starte jetzt gleich mal als erstes mit den geliebten Bronzing Pearls, unsere Puderbergen. In vier verschiedenen Farbnosen. Meine sind schon halb leer. Aber ihr seht so die verschiedenen Farben von Rosa bis Braun und Beige. Also wirklich alle Farben dabei, sage ich jetzt mal. Und sie verleihen einfach so einen schönen wie von der Sonic Küstentein, sage ich jetzt mal. Und man kann sie eben auch als Kontur verwenden. Und am besten nimmt man so einen Pinsel oder so einen schrägen. Und dann einfach abklopfen, dass das abbuddert. Und dann mit dem Wangenknochen so entlang kommen. Und ihr seht, das macht wirklich eine schöne Kontur. Man soll einfach so einen Halbpunkt nehmen. Ja, ich mag sie wirklich gern. Und kann dann die Intensität variieren. Und man sieht gleich, wie die Wangenknochen betont werden. Und man kann sie auch als Lidschatten verwenden. Also es wird so eine Win-Win-Situation. Vielseitig verwendbar. Dann komme ich schon zum zweiten Produkt. Und zwar der geliebten Curling Mascara von NoSkin. Ich glaube, dass ihr kennt, der liebt sie. Und die hat ja so ein leicht gebogenes Bürstchen oder so ein geschwungenes. Und das trennt die Wimpern wirklich einzeln. Also wirklich, da gibt es kein Verkleben. Ja, Banderaugen sind auch ade. Und sie ist aber wasserlöslich und hält so gut wie eine wasserfeste. Ja, sie pflegt mit Vitamin D. Und sie gibt einfach richtig schönes Volumen, mehr Schwung. Also wirklich eine tolle Mascara. Dann komme ich schon zum Wimpernserum, was auch in Aktion ist. Kann man verwenden als Primer vor der Mascara. Weil dann hält die Mascara wirklich gut, sag ich mal. Also noch besser, als sie eh schon hält. Und es ist so ein transparentes Wimperngel, was die Wimpern einfach schützt und pflegt. Und es stärkt die Wimpern wirklich und sorgt einfach für mehr Dichte und Volumen. Das Serum sollte man halt wirklich für zweimal täglich anwenden, morgens und abends. Und was ganz was tolles und wichtiges ist, dass es hormonfrei ist. Ich zeige euch jetzt. Ihr könnt es auch bei den Augenbrauen verwenden als... Und dann ist ein absolutes Highlight für alle Frauen. Ein absolutes Must Have, sage ich jetzt einmal. Noch in Aktion. Und bei mir ist er leider leer. Also ich kann euch den jetzt gar nicht vorführen. Und zwar der geliebte Lip Plumper. Und zwar... Er ist einfach so ein leicht auffüllender Balm, was schon mal wirklich den Lippenfeuchtigkeit spendet und sie wirklich gut pflegt. Beim Auftragen wird einfach die Durchblutung angeregt. Also man merkt wirklich so ein leichtes Spritzeln auf den Lippen. Und es ist einfach so ein erfrischendes und ein geschmeidiges Gefühl. Und man hat so ein leicht rosafarbt und dann auf den Lippen. Ja und was ganz ganz wichtig ist, er klebt nicht. Und ich das mengen auch alle Frauen. Und kann ihn auch super verwenden als Unterlage unter den Powerlips. Nur dass die Lippen einfach ein bisschen voller werden. Und dann ist noch was richtig geniales in Aktion. Und zwar das Dr. Dana Nagelset. Und ich sage mal, das braucht wirklich jede Frau zu Hause. Weil es geht in 10 Minuten. Es ist wirklich rasch erledigt und man hat wirklich wieder schöne und gepflegte Nägel. Und das sind wirklich nur drei ganz einfache und schnelle Schritte, um einfach deine Nägel zu peelen und mit Feuchtigkeit zu pflegen. Das Set wurde wirklich von einer Dermatologin entwickelt. Und man kann es auch für die Füße verwenden. Also für Hände und für die Füße. Ja, es beinhaltet einfach zwei Stifte und eine Feile mit drei Schritten. Und im ersten Schritt, also das ist einfach der Stift mit einem Glykosesäure-Peeling, was die Nägel mal peelt und einen schönen Glanz verleiht. Dann hat man einfach diese Feile. Das ist auch nummeriert mit 1, 2, 3. Welche Schritte das da folgen. Dann haben wir noch einen Stift, der mit Kokosöl, Aprikosenöl, Vitamin E. Was haben wir noch? Krebsrutschalenöl. Die Nägel eben pflegt und die Nagel hat. Durch die ganzen Fettsäuren, die enthalten sind. Also wirklich ein mega tolles Produkt. Ich liebe es. Musik